Los geht's. So, jetzt geht's weiter. Nimm's doch auch auf. Ja sicher. Das ist wirklich roter Teil rum. Da machen wir. Also, unten hast du sie da. Die sind wir irgendwo. So. Geht's weiter. Also musst du die Stelle tippen im Bierband, sag ich mal. Boah! Ja. Macke ist jetzt wunder, gell? Hä? Macke ist jetzt wunder, gell? Es reicht nicht besser. Ich mag Macke. Ne? Ich mag's weniger. Ich iss, aber ich mag's weniger. Fack. Ich iss, aber ich mag's weniger. So, entwickeln wir weiter, oder was is'n? Hm. Ja, du wirst wohl einfach drunter die ganze Zeit. Wie docker feiert jetzt was? Ein bisschen lang, ja. Da, ja. Ich schau jetzt nicht nach. Ist das so. Hey, ich hab'n Klopfer, wie schau's mit euch aus? Ich klopfe dich auch nicht. Ich hab'n dich schon wieder ausgesucht, oder was? Nein, warte jetzt nicht, wo ich schon isse. Ich hab'n wir, das muss noch arbeiten. Das ist Popkenes. Popkenes. Da, wo ist dein Klopfer? Hm? Hm, das ist ja nur. Welchen willst du haben? Teile, gell? Fläumechen? Oder wir haben uns speziell draufgekommen. Gib mal was, gib mal. Dann kann ich dich so so geschissen. Das ist so weit. Aber was hast du gegen dich? Ich find'n nicht arg. Was? Ich mein', er schmeckt noch nix, finde ich. Der Töpfer oder was? Ja, aber er schmeckt noch nicht wirklich so. Ich find'n gut einfach, ich meine. Jaja, er hat jetzt gar nicht drauf hingeschaut. Nein, das ist nicht, aber er schmeckt noch nicht. Aber ich muss es auch. Er schmeckt noch so. Er schmeckt noch dem, was das Klopfer nach unten gefördert. Und was ist das? Das willst du nicht wissen. Da weißt du den Titel noch nicht? Ja, ich bin schon weiter so. Ich bin schon weiter. Bisschen. 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 Der 5. Euro kriegt, gell? Ja. Alex, was wollen wir jetzt informieren? Was? Ich informiere mich immer da unten. Ja, passt. Da hast du noch ein Viecher da. Wow. Wo ist das denn von mir rein? Das Plusfeld zeigt doch nicht. Gibt's das schon? Wie meint's das, oder? Von mir schauen? Nein, das ist ein frühes Mittelalter. Von mir schauen. Von mir schauen? Ja, der Tier. Ich weiß nicht, was du bei dir hast. Wie gibt's das schon? Der Ofer. Der Ofer. Der Ofer. Gattario. Was? Was heißt das jetzt? Ey, Warnentwickler gibt's oder? Was? Warnentwicklung. Und bei den Frauen gibt's auch zum Entwicklung. Boah, das Teil ist geil. Das hört sich aus. Das hört sich aus. Bisschen. Was du willst, ist das Zost. Du hast es immer sehr verrückt, oder? Ich gebe mir nur zwei. Da reicht nicht. Alles am Schissen reicht nicht. Gell. Ich hab nicht der Waspa aus der Bumschuss, sondern ehrlich gesagt. Wir werden angegriffen. Das ist ja gar nicht sinnlos aus dem Gebäude. Was ist der Was? Was ist der Was? Was ist der Was? Was ist der Was? Was wird der gespielt? Nein. Es ist ein Maske hinter mir. Erstens muss ich das wieder rausschneiden, wegen dir. Wirklich? Ja. Echt? Es ist eine schwierige Bumme vollkommen. Echt? Ja. Hast du irgendwie kommentiert? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Das ist ein österreichischer Spruch, jetzt lass mich mal reden. Weißt du doch das? Ja sicher. Das ist ein Völksspruch. Kennst du das nicht? Nein, ich kenne das nicht. Ich sage das nicht ohne Wissen. Ich hab mir das nicht rastacht. Dann züglich. Ja, das weiß ich jetzt ein bisschen rastacht aus Michael. Das glaube ich schon. Ja. Nein, ich habe keine Weinentwicklung mehr. Nein, kann ich das verdammte Knarre an. Ja, schauen wir uns. 5,000. Wie kennst du dir einen Weiß noch mal? Wie viel Suschen hast du da? 10,000 Euro. Ja, und Eis und Gold? Eis und 3,000. Gold 5,000. Da denke ich mir, ich muss das halt. Ja, mehr war ich nicht. Nein, ich habe gesagt nur. Jetzt kriege ich noch einen. Das gibt es ja gar nicht. Und du holst ja wie 6,000. 8,000. Ich habe keinen seinen Anfang gesehen. Ich habe jetzt wirklich ein Rappetoren am Anfang. Mit der Info. Der Herr, ich lebe ja so schön oben in der Ecke. Hey, was hast du? Ich bin eh oben. Was denn ihr auch am Anfang so dreht, dass er da mitten ist? Dass es nicht so gut geht. Sein Kopf hat mich wirklich schlagen. Was willst du eigentlich? Ich habe auch immer dich im Angriff. Lass mich mal meine Freude. Ja, oh ey. Das ist ja nix das Spiel. Nix das Spiel? Wenn ich den Angriff bin, das ist nix. Das stimmt. Ich will. Also. Older. Older vor Ort, oder? Du fressst mir da jetzt an, Mensch. Ja, das wird ja auch süß. Und so ist es kalt auch. Ah, 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 ah. Ah, geil, ja. Ich habe Bock. Keine Ahnung. Ach, geil. Ich habe Bock. Keine Ahnung. Beispiele! Ich kenne dich nicht mehr. Du bist ein Hip-icedstick. Du bist ein Hip-icedstick. Das rät da unten! Das rät da unten. Das rät das Stick hier. Ich habe auch schon wieder was. Ich habe noch mehr das gemacht. Er hat mich irgendwo in der Bühne. Ich sage es nicht unter den Tisch. Na, hör auf den Ziel. Wach, wach! Wo bin ich nicht? Nein. Das rät uns einfach unter den Exen zu mich schmeißt. Ach, geht's doch gut, auch wieder mehr in der Bühne. Noch ist deine Appen. Was ist denn, ich gehst schon mal weiter oder was? Kannst du gar nicht, gibst du. Nachher steht ja auch noch Rutscht auf dem Stich. Ich steige in den Fuß. Wenn ich aufstehe, nachher fahre ich mir eine ganze Reise runter. Ich hab's ein Bier von der Reise, fahre ich mir von der Kleidung erst. Nein, ich bekomme so eine Animation, wie alle aus einem Vananschel. Hör! Wieder Vananschel zusammen, Vananschel zusammen. Jetzt sind wir zusammen da. Der kommt dann. So entwickelt weiter. Nächstes? Ja. Das ist doch nix. Jetzt, jetzt Tollke Eisenmeer. Ja, sag ich euch. Jetzt Tollke Eisenmeer. Was ist das für Zeidreter? Jetzt haben wir gleich beim ersten. Was ist das für mich gepackt? Das reicht nicht. Was ist das für die Gäste? Ja, gerne. Was ist das für die Gäste? Setz den Kopf her. Setz den Kopf her. Setz den Kopf her. Das ist alles. Das hat mich gepackt, Mensch. Klebe dich auch so. Ich bin hier ja gerade immer durften. Das mache ich jetzt nachher. Ja, ganz schön. Oja, sonst geht es dir nicht gut. Ja, ich glaube immer, es sind irgendwelche Mannen rein. Was? Wenn ich deine Farbe sehe, glaube ich immer, es sind irgendwelche Fische bei mir rein. Gebauten. Rot und Blau. Und dann ist irgendwas dazwischen. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Mich hat es undefiniert bei der Farbe. Sagt der mit der Rundenform, dagegen ist es auch rot. Passt. Was? Bei mir könnte ich nicht so ungefähr so. Bei mir wäre... Oh, genau. Aber ich bin so schüttelt fertig. Jetzt sind... Du rotst einfach das Scheiß-Zinn aus und dann kommt es immer wieder her. Wo kommt man denn her, bitte? Ich go-simulator. So genau. Hey, Alter. Weißt du nicht, wie du das Ding verkaufst? Ey, ey, ey. Du bauierst jetzt sogar irgendwie zu Eltern raus oder so. Trotzdem ist es der Scheiß-Spiel. Ja, ja. Ey, das ist so ein Scheiß-Spiel. Aber wenn... Für das ist das Spiel eigentlich vollkommen nicht beschissene... Dann hat der Michael Bondschießstand gebraut. Und? Im Rennes-Aussteil, Leute. Und? Ich bin im Rennes-Aussteil, Leute. Wieso bist du schon im Rennes-Aussteil? Ja, cool. Ich weiß keinen. Jetzt bin ich im Rennes-Aussteil. Uh, jetzt habe ich auch keine Pusse. Ich habe keine Fähigkeiten gebaut, Michael. Also, was hast du Bondschießstand gebraut noch? Ey. Was ist das Braut, was bringt es da? Eul, ich habe das einfach vor zwei Zeiten schon gebaut. Tja. Ah, die Pusse sind doch schon gut? Ja. Ja, also tschüss. Tschüss, oder? Besser, als wir gebrochen sind, soll ich mal. Ja. 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 Ja, der Dario. Ist das jetzt so ernst? Wow, fuck. Das ist so ernst. Geil. Immer ein Ramböcke, was willst du denn? Ich meine, gut, das ist ein Geruch, das stimmt. Aber es sind ja noch Ramböcke. Ja. 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 Ich habe es auch. Ich habe es auch für dich. Ja, das wird schön. Ey, langer. Warte, ich muss auch noch draufgekommen, aber meine, ja. Das ist ja auch nicht möglich, oder? Eben, deswegen. Fähig. Was ist der Foyer? Ja. Ah, der Mittler. Nein, ich hätte sonst Steingewinnen am Kurs 15 Prozent gar nicht vergessen. Und durfte es nicht sagen. Schau, wenn du es gemacht hast. Gibt es bei der Frau etwas? Nein. Gibt es nur, durfte es halt drum machen. Oder wie heißt es im Krankenhaus? Gibt es was? Ja, weiß ich nicht. Jetzt gibt es die erste Kamerung, oder? Ja. Fälschlein wäre schon. Scheiße, Fälschlein. Das ist aber wirklich scheißgut gegen Dings. Ja. Gegen was eigentlich? Entschulde. Ah, stimmt. Irgendwas nervt in die Tür. Ja, vielleicht lange gegen Infantriebe. Die machen einfach sowas fertig. Kannst du von Infantriebe haben, was du willst. Die machen fertig. Aber Baselisten, was wir putzen, ich würde mich weg, wie ich glaube. Außerdem sind es die Kanonen, die was gerne in Fällen haben. Medizin aus dem Kugeln aufhabe. Ja. Wie zum Beispiel später bei Dings. Nein, ich habe es nicht gesehen. Bei... Gibt es das aber auch. Kommt es oft vor. Ja, schon. Die habe ich noch nicht gesehen. Bei Dings aus dem Nanoteurter kommt es nicht mehr vor. Äh, nein. A3. Wie heißt es gleich? A3. Äh, ich weiß jetzt halt. Äh... Überleben die auch Runden auch. Und... Kommen die auch Kugeln weiter? Ja, ja. Ja, ja. Auch Kugeln ist das Einzige, was sie vorhin in den 2.3. Oder? Ich finde da... Was ist das jetzt bauen? Ein Belagerungsturm. Sie haben das Turm noch nie gebaut? Hat das vorher schon gebaut? Nein. Das bauen die Gegner lustigerweise nie. Belagerungsturm ist das Einzige, was die Gegner nie bauen. Noch nie ein Belagerungsturm gesehen. Jetzt habe ich schon königliche Kürossiere, gell? Ja. So, na... Ich zeig nur so an. So aufpassen, wie es für eine königliche Kürossiere. Schau dir die Animate... Die haben nochmal den Ruhl auf. Schau dir die Animate zusammen an. Hol er gleich. Schau dir die Ruhl auf. Ja, ich zeig für den Bündnis. Schau dir die Ruhl auf. Schau dir die Ruhl auf. Die mischen jetzt vorher auf schon. Was? Einfach Kämpfer... ...und haben die Ruhl. Schau, wie ich sie mir einfach vorher aufmischen. Schau. Super. So. Können wir uns wieder an gewichtigen Sachen. Schau mir meine Bürger das aufmischen. Schau dir das an. Schau dir das an. Hm. Ja, jetzt haben wir ein paar Wälderungen, oder? Bei mir ist es auch so. Ich würde gerne immer. Ja, aber ich überlege wirklich dazu, Steph. Gebäude zeigen, wo sie bringen. Gebäude zeigen. Ich brauche mich in der Firma Vielfalt ein und schließe mich an. Ich glaube, das habe ich nicht mehr gesehen. Also, Alex? Okay, jetzt muss ich wirklich mal zeigen. Ja. Schaut sich die scheisse Empire an, Alter. Was? Ich kriege immer das scheisse Empire einladen. Ich finde die so viel an. Ja, das sind natürlich die dopen, die zu Empire gingen und cheaten da die einladen. Ja? Ja? Den lösch ich dann gleich. Ja, hast du den eigenen Facebook schon gesehen? Ja. Am Handy. Am Handy noch nicht. Ich finde die so monge. Alex, dann ist der, was du da hast, hätte ich keinen fremden. Das ist bitte da. Nein, jetzt. Schau. Na ja, mache ich schon. Schau dir zu. Wie zum Beispiel. Schau dir zu. Ich habe mich schon gelöscht. Oh. Ich weiß, ob ich mir am Anfang gedacht. Oh. Was? Ziege ich gleich auf Facebook und sehe geupdatet auf. So, Michi, jetzt will ich sparen. Der Typ kommt mit dem Schiff fahren. Wie? Oder ich kann auch. Da kommen die Fischerboote da her. Wo war da mit 100 Schiffen runter? Nein, das war meine Fischerboote. Oh, shit. Der kommt nicht einmal mit. Der kommt nicht einmal mit. Der kommt nicht einmal mit dem Schiff. Oh, shit. Die gingen länger, weil er dann zu bauten kommt. Ja, allein. Bin ich fertig. Dann lädt er viel drucken aus und dann. Eigentlich kommt jetzt das Gas beim Boxen zuschauen. Ja. Das ist nicht deutsch, Frau Alex. Vertraut. Entschuldigung, nein. Ich weiß, du kannst das nicht so gut wie schon Michi. Michi hat das immer besser drauf. Was soll ich da? Was du machst inzwischen? Was sollst du? Ich weiß echt, was du tust. Ich muss warte, dass wir in den Augen zusammenarbeiten, dass wir es entwickeln können. Wunderbar. Was für Zeit bist du? Nicht so was. Ich brauche Zeit, dass wir so... Ich weiß nicht. Jetzt kommen wir weiter nach, dass ich Idioten sei. Leute, die uns gar nichts bringen. Obwohl ich eigentlich... Weißt du, ich zeige euch jetzt schon aus, wenn wir jetzt schon mal einen kleinen Rückschlag versuchen machen. Weil wir sind schon in der Zeit, wo es Schüssere gibt. Und wir sind noch weit genug. Ich würde sagen, wir bleiben da rein. Ich sage jetzt einmal. Wir wollen jetzt einmal drucken ein paar. Zumindest die Akkabuse. Weißt du? Ich bin noch nicht so weit. Ja, ich bin noch bereit. Ja. Jetzt haben wir Zeit aufhört, wenn wir noch wacht. Achts Ding, Pudding. Schön aus, gell? Gell Sushi? Sagst du ja? Ja. Wir haben jetzt schon so Sushi. Jetzt ist es so tief. Leider nicht. Jetzt wird es tief. Leute, wir werden angegriffen. Okay. Feierabend, jetzt geht's all. Ja. Ja, du weißt. Wenn man Eistee kann man trinken, bevor man auch kürtet, würde ich jetzt Scheiss machen. Na, der hat keine Ahnung. Wir werden angegriffen. Weißt du, das ist jetzt noch wieder ein Strahlen von der Karte, wo ich es mir auch nicht unbedingt kosten lassen habe. Was ist? Kann es aus tun? Ja, blöd. Na. Trinken wir doch noch was ein, bitte. Oder das kostet noch das da, gell. Jetzt kannst du das Glaschen aus sagen. Na. Was? Sie trinkt's? Hm. Na, warte. Ja, gut. Thanks a lot. Thanks. Not a lot. Sir, not a lot. Sir, thanks a lot. Sir, thanks a lot. Canst du das nicht? Göttlich, Göttlich. Göttlich. Göttlich, Gottlich. Göttlich. Gottlich. Gottlieb Friedrichsson Dann habt ihr es nicht erwartet oder was? Nein, natürlich Jungs als Stalin Also wirklich Also ich tschüss Ich zerf über mich und dann kommt er los Alter Alter, kannst du jetzt nicht mehr zu warten oder was? Schau dich rüber Ist ich zum Eisnacken? Was dann der Eisgertreins zukommen würde, wie das heute planen Ja, aber es sind ja nicht zu viele Dings dort Nein, es sind ja nicht zu viele Dings dort Das ist einfach blöd Kann mir nicht helfen Was ich ganz gerne tue, weil was ganz wichtig ist Ich nehme die Editor rein und ich drücke mir auf Ohl, extrem schnell machst Schicksal Summertum